Es gibt einfach Lagen, da ist es für das Holz einfach nicht gemacht. Ich habe hier vor dem Ball ordentlich Gras. So, was laufe ich jetzt Gefahr? Dass ich einfach schon dieses Gras vorher wische und ein bisschen hängen bleibe. Einfach nur, weil der Eintreffwinkel nicht steil genug ist für diese Balllage. Die Gewichtung von einem Hybrid ist immer ein bisschen weiter unten. Es ist keine Rocket Science, das ist einen halben Meter kürzer. Je kürzer der Schläger, desto steiler ist natürlich auch der Eintreffwinkel. Wann nehme ich das Hybrid und wann nehme ich das Holz? Entscheidend ist, wie viel Gras oder wie hoch das Gras hinterm Ball ist. Schulter runter, Schulter hoch. Ich hoffe, dieser kleine Vortrag war ein kleiner Augenöffner für euch. Ich freue mich über jeden Kommentar. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren.